Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um die gleichförmige Quantisierung. Ich habe hier mal das Blockschaltbild angemalt, was dieser Quantisierungsschritt bedeutet. Und Quantisierung heißt im Prinzip, dass wir unsere Signale oder unsere Sample in eine quantisierte Version konvertieren. Und diese quantisierte Version kann halt einen aus k gleich 2 auch die diskreten Zuständen annehmen. Das heißt, wir haben beliebige Samples, die wir vorher schon abgetastet haben. Die haben noch beliebige Zahlenwerte und die konvertieren wir dann in diskrete Versionen, die vordefiniert sind, sodass wir halt nur noch vordefinierte Zustände haben. Bei der gleichförmigen Quantisierung gehen wir davon aus, dass wir eine symmetrische Quantisierung durchführen. Das heißt, wir haben unser Eingangssignal x wird auf ein Signal x-Dach abgebildet, indem wir eine gleichförmige Schrittweite wählen. Die Schrittweite ist definiert als Delta und hier haben wir zweimal xmax. xmax ist die Amplitude, die Signalamplitude, die maximale, geteilt durch die Zustände. Die 2 kommt hier durch, dass wir die im positiven als auch im negativen Bereich haben. Und wenn wir jetzt noch k gleich 2 auch w einsetzen und das mit der 2 verrechnen, können wir es auch so aufschreiben. Und es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu realisieren. Einmal als Mid-Rise-Quantisierer und einmal als Mid-Thread-Quantisierer. Im Prinzip sind beide sehr ähnlich. Der Unterschied ist nur, dass, also hier auf der y-Achse haben wir die diskreten Zustände und auf der x-Achse die, ja noch die nicht diskretisierten Zustände. Und wir können uns das so vorstellen, dass wenn wir ein Signal haben x, solange das hier in diesem Bereich Delta sich befindet, jetzt hier in diesem ersten Bereich Delta, wählen wir im Prinzip hier diesen Zustand als x-Dach. Wenn unser Signal x ein bisschen größer wird, wenn das hier, wenn sich das x in diesem Bereich findet, wählen wir hier dieses x-Dach. Das heißt, zu einem kontinuierlichen sozusagen Bereich x wird immer ein diskreter Wert x-Dach zugewiesen. Und jetzt hier bei Mid-Rise sehen wir, dass das Ganze symmetrisch um 0. Das heißt, wir haben hier in der positiven, im positiven Bereich und im negativen Bereich genau gleich viele Quantisierungsniveaus. Ich habe jetzt hier mal w auf 3 gesetzt, sodass wir insgesamt 8 Niveaus haben. Und in jedem Bereich, im positiven als auch im negativen, haben wir 4 Bereiche. Das hat natürlich den Nachteil, dass wenn unser Signal 0 ist, dass wir kein eigenes Quantisierungsniveau für die 0 haben. Und das heißt, wir tun dann entweder immer einen Fehler machen, indem wir halt das obere oder das Quantisierungsniveau auswählen. Und das Ganze versucht jetzt der Mid-Red-Quantisierer dann zu beheben, dass wir dieses Null-Problem hier in der Mitte nicht immer haben. Das heißt, wir verschieben, das ist ja hier eine Art Treppe, wir verschieben die Treppe einfach um Delta halbe nach oben. Das bedeutet dann, dass dieses Quantisierungsniveau hier auf das Nullniveau landet. Das heißt, wenn x 0 ist, haben wir auch x-Dach, also die quantisierte Version, als ein Nullniveau abgebildet. Das hat aber jetzt wiederum den Nachteil, dass wir im negativen und im positiven Bereich nicht mehr gleich viele Quantisierungsniveaus haben. Wenn man sich jetzt das entsprechende x-Dach ausrechnen will, gibt es für beide Fälle auch eine Formel. Und zwar haben wir als, sag ich mal, als Amplitude, kann man hier immer das Vorzeichen mal unsere Schrittweite wählen. Und der hintere Term gibt jeweils an, auf welcher Stufe wir uns jetzt hier befinden. Und das heißt, hier mit dem Term können wir uns ausrechnen, okay, sind wir jetzt hier auf der ersten, auf der zweiten oder auf der dritten, beziehungsweise über das Vorzeichen hier halt in der negativen Bereich. Und diese Abrundungszeichen hier bedeuten im Prinzip, dass dieser Wert hier immer zum nächst kleineren Integerwert abgerundet wird. Und hier genauso. Ich gehe jetzt die Formel nicht explizit durch, könnt ihr es ja mal selber ausprobieren. Aber das waren im Prinzip die gleichförmige Quantisierung. Sehr einfaches Verfahren. Und wenn ihr euch noch für weitere Verfahren interessiert, dann schaut mal in die Infobox vorbei. Da gibt es noch weitere Videos vielleicht, wenn ihr noch weiter interessante Videos zu dem Thema. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.